Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten paar Vorlesungsstunden über die Vektordifferenzialoperatoren Gradientdivergenz und Rotation etwas ausführlicher gesprochen. Das hat mir auch schon etwas Kritik eingebracht. Wo ist denn jetzt eigentlich die Tensorrechnung geblieben? Die kommt schon wieder. Aber die sind so wichtig, diese Vektordifferenzialoperatoren, dass es notwendig ist, darüber zu sprechen, was denn eigentlich der Nutzeffekt davon ist, dass man diese Vektordifferenzialoperatoren anwendet auf verschiedene Skalare und Vektorfelder. Und Sie werden sehen, wenn man dann auch etwas kompliziertere Koordinatensysteme einführt, bis jetzt haben wir es ja immer nur mit diesen alltäglichen kathesischen Koordinaten zu tun und das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben, aber dann wird es erst recht wichtig sein, wie man diese für die Anwendung so entscheidenden Vektordifferenzialoperatoren dann formulieren kann. Und eines der zentralen Anliegen, die ich dann im jetzt kommenden, also schon laufenden Sommersemester dann mit Ihnen gemeinsam durchgehen werde, ist, wie man denn dieses Differenzieren von Skalaren, aber insbesondere von Vektoren auch verallgemeinern kann, für Situationen, wo die Koordinatensysteme nicht so straightforward sind, wie es eben beim kathesischen Koordinatensystem ist. Da zeigt sich, dass es da eine spezielle Schwierigkeit gibt, die es zu meistern gilt, die auftritt, sobald man krummlinige Koordinaten hat. Und das ist nicht erst in der allgemeinen Relativitätstheorie so, schon so, sondern bereits, wenn man zum Beispiel in der Ebene Polarkoordinaten verwendet, das sind bereits krummlinige Koordinaten. Also Sie brauchen nicht immer gleich an die vierdimensionale gekrümmte Raumzeit denken, wenn es um irgendwelche krummlinigen Koordinaten geht. Oder die Koordinaten in einer Kugeloberfläche, das kennen Sie alle aus der Geografie, die geografische Länge, die geografische Breite, die Meridiane und die Breitenkreise sind so typische Situationen von krummlinigen Koordinaten. Und dort dann auch diese Vektor-Differenzialoperatoren anwenden zu können, das erfordert spezielle Vorkehrungen. Und das wird es gehen. Und damit man aber weiß, wozu man das alles tut, muss man wissen, was diese Differenzialoperatoren eigentlich tun. Und jetzt haben wir also in den letzten zwei Wochen oder so die geometrisch anschaulichen Bedeutungen von Gradient, von Rotation und von Divergenz besprochen. Drei noch, was die Dimensionalität betrifft. Und der Gradient, der wirkt auf ein skalares Feld und die Rotation wirkt auf ein Vektorfeld und ergibt wieder ein Vektorfeld und dann eben die Divergenz wirkt auf ein Vektorfeld und liefert ein skalares Feld. Und wir haben uns also in den letzten Stunden überlegt, was die geometrisch anschauliche Bedeutung ist. Jetzt werden wir zunächst, um das also plausibel zu machen, anhand ganz einfacher Beispiele gemeinsam durchgehen, damit Sie sehen, dass das also etwas ganz übersichtlich und klares ist. Wir wollen schrittweise für die verschiedenen Differenzialoperatoren solche Beispiele durchrechnen. Ganz schnell. Das erste Beispiel bezieht sich auf den Gradienten und wir betrachten ein Temperaturfeld. Ganz vereinfacht natürlich. Ein linear veränderliches Temperaturfeld, die Temperatur T, eine Kelvin-Temperatur, sei eine Konstante A minus eine andere Konstante B mal X3. Ich habe ja schon gesagt, dabei bleibt es jetzt einmal vorläufig, das wird erst dann nach Ostern anders, dass wir kathesische, also geradlinige Koordinaten haben, die alle so gegenseitig aufeinander senkrecht stehen und die Abstände sind alle Einheiten. Also das entspricht zu einem orthonormalen Basisvektorsystem. Deswegen nennen wir es auch X. Die X, das sind die kathesischen. Wir werden dann nach Ostern, wenn wir dann zu den krummlinigen Koordinaten gehen, die dann als Q bezeichnen, um sich von den X zu unterscheiden. Wieso ist das ein Temperaturfeld? Die X3-Koordinate, das wählt man meistens so, dass die so senkrecht nach oben steht. Oben, unten, das bedeutet, man ist auf der Erde. Sonst ist heute oben, unten kein Sinn. Und X3 gleich 0 ist, sagen wir, am Boden. Und wenn dann X3 zunimmt, dann wird die Temperatur, wenn das 0 ist, ist die Temperatur A. Und wenn das X3 zunimmt, bei der Amino steht die Temperatur kleiner und wenn das X3 hoch genug ist und die Temperatur 0 wird, hören wir auf. Weil negative Kelvin-Temperaturen haben wir nicht. Das ist ja eben nur eine Näherung für eine Temperaturabnahme mit der Höhe. Ich schreibe da nebenher T größer als 0. So weit darf das X3 nur gehen in diesem ganz simplen linearen Ansatz. Nun, da rechnen wir uns den Gradienten von T aus. Das ist jetzt ein Vektor, der hat die Komponenten Dt nach Dx1, Dt nach Dx2 und Dt nach Dx3. Dt nach Dx1 ist sichtlich 0, das kommt ja gar nicht vor. Ebenso Dt nach Dx2, aber Dt nach Dx3, Dt nach Dx3, das ist Minus B. Das B ist natürlich da größer 0 angenommen, damit das wirklich abnimmt. Und Sie sehen, der Gradient ist ein Vektor, der entgegen der x3-Achse zeigt, also nach unten. Und nach unten nimmt die Temperatur auch zu. Nach oben nimmt sie ab. Oben am Berg ist kalt und im Tal ist wärmer. Das stimmt natürlich nicht immer. Aber das ist eine ganz nullte Ordnung, die da hier steht. Und da sehen Sie, der Gradient zeigt wirklich in die Richtung der stärksten Änderung. Denn waagerecht gibt es gar keine Änderungen. Es hängt ja gar nicht von x1 und x2 ab, nur von x3. Dort ist die maximale Änderung in Richtung der maximalen Änderung zeigt er. Er zeigt in Richtung zunehmender Temperatur, daher nach unten. x3 zeigt nach oben, der zeigt nach unten, weil die Komponente Minus B ist da. Und das B ist die Änderung der Temperatur pro Längeneinheit. Weil das B mal x3 steht da drin und B ist daher die Temperaturänderung pro Längeneinheit in Richtung dieser maximalen Änderung. Und schon fertig. Und Sie sehen, dass durch dieses Gradientbilden man unmittelbar einen Vektor kriegt, der diese Eigenschaften hat. Er zeigt in die Richtung der maximalen Änderung. Und sein Betrag ist diese maximale Änderung pro Längeneinheit. Zweites Beispiel. Festkörperrotation, Wirbel. Betrachten Sie eine Scheibe zum Beispiel, die rotiert und wenn Sie oben drauf schauen, dann sehen Sie die Geschwindigkeitsvektoren. In der Achse wird die Geschwindigkeit Null sein. Wenn man nach außen geht, wird die Geschwindigkeit linear größer sein. Nun, das kann man natürlich entsprechend schön sich klar machen. Nehmen wir das gleich dreidimensional her, betrachten wir also da so ein Koordinatensystem, wo das eine so nach vor herausschauende x3-Achse ist. Da ist der Ursprung. Da haben wir x1 und x2-Achse. Und diese herausschauende, deswegen mache ich da dieses Hütchen da, x3-Achse, soll also die Rotation stattfinden. Das ist die Drehachse. Und wenn man da so in einer bestimmten Richtung da in der x1-x2-Ebene jetzt, das soll die nach hinten gehende Drehachse anzeigen. Aber wenn man jetzt in der x1-x2-Ebene da so einen Strahl herauszeichnet, dann kann man also da hier so die Geschwindigkeitsvektoren eintragen. Die V-Pfeilvektoren. Nach innen werden wie immer fußelig kleiner und ganz bei der Achse sind sie null. Das ist eben die Idee einer Drehachse. Bei der Drehachse direkt dreht sich ja nichts. Naja, und da kann man jetzt irgendeinen Punkt hernehmen, zum Beispiel den. Zu dem hin weist ein Distanzvektor von der Achse senkrecht zur Achse da herauf zu diesem Punkt. Und wieder senkrecht zu dem Distanzvektor muss dann, wenn alles mit den rechten Dingen zugeht, der Geschwindigkeitsvektor stehen. Das soll ja eben da so eine Drehung rund um diese Drehachse darstellen. Naja, jetzt schauen wir an, wie kann man dieses Vektor Feld V-Pfeil als Funktion der Koordinaten X1, X2, X3 darstellen. Sie werden sehen, wenn wir das also dann in Zylinderkoordinaten machen können, was wir jetzt noch nicht können, weil wir sind auf diese blöden kathesischen Koordinaten fixiert, anders können wir es nicht. Aber es ist das Sinn des Sommersemesters jetzt für uns da, damit Sie das kriegen, wie das also geht. Also, indem wir die Zylinderkoordinaten nicht zur Verfügung haben, da würden wir das als die Achse dieses Zylinderkoordinatensystems betrachten, haben wir nicht. Müssen wir das also irgendwie geschickt versuchen darzustellen und da mache ich jetzt einfach einen Ansatz. Fragen Sie jetzt bitte nicht, woher nehme ich das? Wir schauen nachher nach, ob es passt und dann nachher werden Sie sich denken, wunderbar. Es ist Gott sei Dank einfach. Minus eine Konstante mal X2, das V2 ist dieselbe Konstante mal X1 das V3 natürlich, es hat ja keine Komponente in Richtung der Drehachse bis 0. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, ob das wahr ist. Na, das kann man leicht feststellen. Gegen Ende dieses Semesters, also im Juni, werden wir dann ein ähnliches Beispiel wieder behandeln und da werden Sie dann sehen, dass das alles viel einfacher geht, wenn man die angepassten Koordinaten verwendet. Klar, dass dafür angepasst ein Zylinderkoordinatensystem ist. Das können wir noch nicht. Und ich möchte Sie mit diesen Beispielen auch motivieren, warum es zweckmäßig ist, sogar für einfache Anwendungen schon, dass man sich mit diesen krummlinigen Koordinaten auseinandersetzt. Aber wie schon erwähnt, ein bisschen was muss man dazu machen. Und das werden wir gemeinsam machen. Sie werden sehen, mit ein bisschen Konzentration ist das leicht zu meistern. Also schauen wir nach. Um das also sich klar zu machen, wollen wir uns in dieser Zeichnung zunächst einmal diesen Distanzvektor anschauen. Was hat denn der für Komponenten? dieses D-Pfeil? Der liegt einmal in der x1, x2-Ebene. Dort zeigt er so herauf zu dem betrachteten Punkt p, x1, x2, x3. Der hat daher einmal die x3-Komponente 0. Und x1 und x2, diese Komponenten sind einfach die Koordinaten dieses Punktes, x1 und x2. Also x1, x2 und 0 ist dieser Distanzvektor. Wohl zu unterscheiden von einem Ortsvektor. Denn der hat die Koordinaten x1, x2, x3. Der geht immer vom Ursprung aus überall hin. Während der geht immer von der Achse aus. Wenn Sie sich woanders hinsetzen, auf einen Punkt da zum Beispiel, dann wäre der Distanzvektor wieder ein solcher Distanzvektor steht da wieder senkrecht. Also die Distanzvektoren, die wir betrachten, haben immer die Koordinatkomponenten x1, x2 und die dritte ist 0. Der zeigt immer die Normaldistanz des betrachteten Punktes von der Drehachse an. Der Betrag von dem D-Pfeil ist die Wurzel aus x1 Quadrat plus x2 Quadrat. Wohlgemerkt, wir haben lauter autonomierte Basisvektorsysteme, dann ist alles so ureinfach, wie man es aus der Schule kennt. Man braucht nicht mit Metriktänzer herumtouren, kann man schon, aber der ist die Einheitsmatrix und dann wird das draus. Haben wir ja schon besprochen. Na ja, und jetzt schauen wir einmal. Damit das also richtig ist, diese Darstellung des Geschwindigkeitsvektors, muss er einmal immer senkrecht auf diesen Distanzvektor stehen. Auch hier wieder muss er dann der Geschwindigkeitsvektor so gerecht, das Ganze dreht sich so um diese Achse herum. Der Geschwindigkeitsvektor muss immer senkrecht auf den Distanzvektor stehen. Und außerdem, der Betrag des Geschwindigkeitsvektors muss mit zunehmendem Abstand hier linear zunehmen und im Ursprung selber oder auf der Achse selber muss es dann Null sein. Sonst ist es ja keine sinnvolle Festkörperrotation. Na, das können wir jetzt anschauen. Schauen wir einmal an, wie schaut es denn aus mit dem Skalarprodukt V mal D. Warum mache ich das? Denn wenn es Null ist, dann wissen wir, es ist ein senkrecht aufeinander. Nun versuchen wir. V mal D geht wieder in kathesischen orthonormierten Basisvektoren V1 D1 plus V2 D2 plus V3 D3. V1 D1 das ist minus CX2 X1 plus V3D2 plus CX1 X2 plus V3D3 das ist Null mal Null mehr kommt da so nicht minus CX1 X2 plus CX1 X2 ist tatsächlich Null. Das war der geniale Ansatz. Dass das so ist, dass das Null ist dann. So wie es gehört. Und jetzt wollen wir aber außerdem wissen, wie schaut es denn aus mit der Länge des Geschwindigkeitsvektors. Dann rechnen wir uns das aus. Der Betrag von V-Pfeil ist Wurzel aus V1 Quadrat plus V2 Quadrat plus V3 Quadrat. V1 Quadrat ist C Quadrat X2 Quadrat plus V2 Quadrat ist plus C Quadrat X1 Quadrat V3 Quadrat ist Null. Was bleibt stehen? C kann man herausheben aus dem Ganzen. Mal Wurzel aus X1 Quadrat plus X2 Quadrat und die Wurzel aus X1 Quadrat plus X2 Quadrat ist der Absolutbetrag von D. Und daraus folgt, dass der Betrag von V gleich ist C mal den Betrag von D. Wunderbar. Wenn der Distanzvektor Null ist, dann befindet man sich in der Achse, dann ist der Betrag Null und die Geschwindigkeit auch Null. Und dieses Betrag D ist der Abstand, der Normalabstand von der Drehachse. und proportional zu diesem Normalabstand wird die Geschwindigkeit größer. Also ich glaube, damit habe ich Sie hoffentlich überzeugt, dass dieses einfache Vektorfeld da tatsächlich die Eigenschaften hat, die wir haben wollen. Nämlich, das zeigt dann eben diese Festkörperrotation, dieses Ringelspiel rund um die X3 Achse. Vielleicht wäre es jetzt irgendwie didaktisch gescheiter gewesen, die Achse nach oben zu zeigen, dann kann man sich das Ringelspiel so vorstellen, aber es geht gleichermaßen. Naja, und jetzt, wenn da schon so eine Rotation ist, dann liegt es doch nahe, dass das, was mit einer Zirkulation zu tun haben wird. Daher rechnen wir uns die Rotation von V-Pfeil aus. Das haben wir ja allgemein so gehabt, Epsilon I je k, Nabla je v k. Und nachdem wir aber das alles in autonomierter Basis haben, hat der Epsilon, ist der Metriktensor, die Einheitsmatrix, die Determinante daraus ist 1, die Wurzel aus 1 ist wieder 1, also der Epsilon-Tensor hat dieses Wurzel-Ges 1 mal dieses antisymmetrische Symbol. Also, erste Komponente, Epsilon 1, 2, 3, Nabla 2, v, 3, dv, 3, nach dx, 2, Minus, und jetzt geht es umgekehrt, dv, 2, nach dx, 3. Zweite Komponente, Epsilon 2, 3, 1, Nabla 3, v, 1, dv, 1, nach dx, 3, Nabla 3, Minus dv, 3, nach dx, 1. Dritte Komponente, Epsilon 3, 1, 2, Nabla 1, v, 2, also dv, 2, nach dx, 1, Minus dv, 1, nach dx, 2. Na, das sollte doch keine große Schwierigkeit sein. Wir brauchen ja nur diese v, wie es da steht, jetzt nehmen und einsetzen. Da haben wir dv, 3, nach dx, 2, na, da wird nicht viel rausgekommen, das ist 0. Wenn ich dv, 2, nach dx, 3, da kommt kein x, 3, vor, das ist 0. dv, 1, nach dx, 3, nichts da. Minus dv, 3, nach dx, 1, ist ja eh schon 0. Kann nur 0 bleiben. Drittes, jetzt alle Hoffnung liegt also auf der dritten Komponente. dv, 2, nach dx, 1, na, bitteschön. dv, 2, nach dx, 1, das ist C. Und jetzt werden wir schauen, dass uns das nicht jetzt wieder mit einem Minus verschwindet. dv, 1, nach dx, 2, dv, 1, nach dx, sei es Minus C. Schaut schrecklich aus. Aber da steht ein Minus. Minus Minus C ist C und damit bleibt da 2C stehen. Siehe da. Und Sie sehen an diesem total einfachen Beispiel schon, wohin die Rotation dieses Vektor fällt. das zeigt in Richtung der positiven x3-Achse. Da noch vorzeigt der Rotationsvektor. Also wenn das Vektorfeld so ein Wirbel rundherum ist, dann ist die Rotation davon in der Wirbelachse. Dann ist das nicht praktisch? Mit dem einfachen Rotationsvektor, das braucht man doch nur hinschreiben, kriegt man sofort einen Vektor, der in der Achse des Wirbels liegt. Also wo man dann sagen kann, normal dazu ist die Fläche der maximalen Zirkulation. Da so rundherum. Nun, das können wir uns jetzt sogar noch genauer anschauen, indem wir uns jetzt diese Zirkulation wirklich ausrechnen. Die Zirkulation dieses Vektorfeldes V ist ein Ringintegral V-Pfeil DS-Pfeil. Und das ist also ungefähr oder im Limes halt eine Summe V-Pfeil Delta-S-Pfeil. Wenn man da lauter so kleine Delta-S-Pfeile rundherum, dann macht man da so eine Kreislinie, sagen wir so rundherum in der Tafel-Ebene rund um diese Achse rundherum. Da hat man lauter V-Pfeil Delta-S-Pfeil sehr praktisch, weil die V-Pfeile und die Delta-S-Pfeile sind alle parallel und gleichgerichtet. Daher haben die da, nachdem sie parallel sind, ist dieses Skalarprodukt einfach das Produkt der Beträge. Und wenn ich das wirklich auf einer Kreislinie da mache, ist der Distanzvektor immer gleich lang und es ist der Geschwindigkeitsvektor immer gleich lang. Weil der Betrag ist ja 10 mal absolut T. Wenn der Distanzvektor gleich bleibt, ist auch nicht die Geschwindigkeit gleich. Na, wenn ich am Ringelspül auf einem bestimmten Abstand von der Drehachse bleibe, habe ich da auch immer den gleichen Betrag der Geschwindigkeit. Na, wenn ich weiter weggehe, da ist nicht runterfall natürlich, aber wird natürlich die Geschwindigkeit auch größer betragsmäßig. Aber so, einerseits sind die Vektoren parallel zueinander und das V-Pfeil ist betragsmäßig konstant. Also kann ich schreiben, das ist Betrag V-Pfeil mal die Summe über diesen Betrag Delta S-Pfeil. Das Skalarprodukt ist Betrag des einen und Betrag des anderen mit Kosinus eingeschlossener Winkelsteil. Aber 0. Und Kosinus 0 ist 1. Also ist das das Produkt der Beträge und das V-Betrag ist auch immer konstant, bleibt nur das stehen. Na, jetzt ist es aber sehr einfach. Was wird denn diese Summe absolute S-Pfeil sein? Oder Delta S-Pfeil, also längst dieses ganzen Kreis, das da alle diese Delta S aufsummiert. Ja, und das R ist aber das Betrag D. 2-Pi mal den Betrag von D. Der Distanzvektor. Und das Absolute V, das haben wir ja da. Das Absolute V ist 10 mal Betrag von D. Na schauen Sie, wie schön da eins zum anderen kommt. was bleibt? 2-Pi-C, 2-Pi, also C mal 2-Pi-D-Quadrat. Das Pi-D-Quadrat, das ist die Fläche dieses Kreises mit Radius D. Ja? Habe ich Sie jetzt, habe ich Sie zu schnell überfallen mit dem? Noch einmal. Ich sehe schon. 2-Pi-D ist der Umfang dieses Kreises. C mal D ist die Länge von dem Vektor V, der da entlang geht. Jetzt muss ich das multiplizieren, dann sind 2-C mal 2-Pi-D-Quadrat. Dieses Absolute ist der Radius dieses Kreises. Pi-D-Quadrat ist die Fläche dieses Kreises. Und so bleibt es daher stehen, das ist gleich 2-C mal der Kreisfläche. Das 2-C, das kommt da oben gerade vor. Das ist der Betrag des Rotationsvektors. Nachdem der nur 0-0 und die 2-C hat, ist das schon der Betrag. Wurzel aus 0-Quadrat plus 0-Quadrat plus 4-C-Quadrat. ist daher 2-C ist der Betrag des Rotationsvektors. Und Sie sehen, das hier ist die Zirkulation und die Zirkulation dividiert durch die Kreisfläche ist die Zirkulation pro Flächeneinheit und das ist genau dieses 2-C. Also wir haben mit diesem ganz einfachen Rotationsvektor erstens auf einen Schlag die Richtung der Drehachse und noch dazu liefert uns der Betrag von dem Rotationsvektor eben die Zirkulation pro Flächeneinheit. Wer hat eine Frage dazu? Verstanden? Wunderbar. Okay. Damit sollten Sie also den Gradienten und die Rotation jetzt wirklich schön verinnerlicht haben. Ich möchte Ihnen dadurch insbesondere zeigen, wie praktisch das ist. Es ist nicht nur um die Studierenden zu quälen, sondern dass man wirklich was Nützliches damit machen kann und dass das nützlich ist, hoffe ich Ihnen hier halt mit diesen total einfachen Beispielen vorführen zu können. Das ist die sogenannte Wirbeldichte. Zirkulation pro Flächeneinheit. Das haben wir uns jetzt gerade ausgerechnet. In denkbar einfacher Weise als Betrag vom Rotationsvektor. Jetzt denken Sie Sie, wenn Sie ein Magnetfeld haben, das irgendwie so zirkuliert und einen Feldwirbel bildet. Und was müssen Sie machen, damit schauen, wo die Achse ist? Die Rotation bilden. Rotation V zeigt in der Achse. Und dann ist das die Richtung des elektrischen Leiters, der dann umschlossen wird von dem Wirbel. Und schon steht alles da. Wenn Sie das einmal verstanden haben, sind die Maxwell-Gleichungen für Sie ein offenes Buch. Es steht einfach nur in formalisierter Weise, das da, was man eben weiß, dass ein Strom durch losgelassener Leiter sich mit einem magnetischen Feldwirbel umgibt. Es ist einfach nur elegant und schön. Man muss das Buch lesen können. Wir sind gerade dabei, die Buchstaben entsprechend klarzumachen. Letzte Sache, und dann sind wir mit diesen Beispielen auch schon wieder fertig. Das war jetzt das Beispiel 2, der Wirbel, die Festkörperrotation. Und als Beispiel 3, jetzt gehen wir also noch eine Dimension weiter, die allseitige elastische Ausdehnung. Also von einem Punkt aus dehnt sich zum Beispiel ein Gas nach allen Richtungen aus. An dem Punkt selbst bleibt das Gas Null die Geschwindigkeit und nach außen zu werden die Geschwindigkeitsvektoren immer größer. Wie wird das also ausschauen? Wenn wir da wieder so ein Koordinatensystem betrachten, wo das der x3-Vektor meinetwegen noch vorzeigt und x1-Achse, entschuldigen Sie, x1-Achse, x2-Achse, x3-Achse. Und wenn Sie irgendeinen Punkt betrachten, zum Beispiel den, dann zeigt dorthin der Ortsvektor und an der Stelle gibt es dann auch einen nach außen gerichteten Geschwindigkeitsvektor. Ganz in der Nähe von dem Ursprung werden diese Geschwindigkeitsvektoren noch ganz kleine Vektoren sein, weil im Ursprung sind sie ja Null und nach außen zu werden diese Vektoren dann immer größer und gehen eben also radial nach außen, weil nach außen dieser Expansionsvorgang immer mehr in Schwung kommt, sozusagen. Denken Sie an ein Gas in einem kugelförmigen Container und Sie saugen nach allen Seiten aus diesem Container das Gas aus und betrachten was tut das Gas im Inneren ganz in der Mitte wird es gar nichts tun und nach außen wird die Geschwindigkeit dieser Gasmoleküle immer die konvektive Geschwindigkeit immer größer werden Sie haben da so eine allseitige elastische Ausdehnung Verständlich ist glaube ich sehr einfach vorzustellen und jetzt haben wir es in dem Fall noch viel einfacher diese Vektoren V-Pfeil da hier entsprechend darzustellen da werden wir sofort klar sein dass man das V1 gleichsetzen kann als C mal X1 V2 ist C mal X2 V3 ist C mal X3 der Ortsvektor R-Pfeil hat die Komponenten X1 X2 X3 an irgendeinem Punkt hat der Ortsvektor die Komponenten das sind die Koordinaten dieses Punktes irgendwo im Raum und dieser Geschwindigkeitsvektor V-Pfeil ist einfach C mal diesem Ortsvektor R-Pfeil halt ein Vielfach ich zeige immer in die gleiche Richtung je größer der Ortsvektor ist je weiter man weg ist desto größer wird der Geschwindigkeitsvektor sein je länger im Ursprung ist der Ortsvektor 0 und das ist auch der Geschwindigkeitsvektor 0 also das ist noch viel viel einfacher als das was wir da hier gehabt haben da haben wir also schon dieses Vektor Feld das spielt also genau diese Stücke die wir haben wollen das V-Pfeil ist also parallel zu dem Vektor R-Pfeil das V-Pfeil ist parallel zu dem entsprechenden Ortsvektor egal in welcher Richtung Sie das machen das ist das eine und der Betrag von V-Pfeil das ist dann eben entsprechend da C mal den Betrag von R-Pfeil ja ich glaube das sieht man sofort das brauche ich nicht näher erläutern naja und jetzt nachdem da etwas nach allen Richtungen sich ausdehnt ist es hier jetzt eher so dass man sich überlegt was ist wenn ich da eine Kugel jetzt eine Kugel wohlgemerkt das war ein Kreis in der X1 X2 Ebene oder in einer der zu parallelen Ebenen jetzt betrachten wir eine Kugel eine konzentrische Kugel um den Ursprung und aus der quillt ja offenbar etwas heraus da gibt es eine Quelle es quillt dieses Vektor fällt heraus bei dieser da ist es da rotiert es da zirkuliert es längst dieses Kreises das ist ein Kreis da zirkuliert es längst des Kreises da quillt es durch die Kugel hindurch ich glaube das kann man sich schon vorstellen ganz ganz einfach wenn da was quillt dann geht es um die Quelldichte und die Quelldichte hat was mit der Divergenz also so wie wir uns da gleich die Rotation hergenommen haben weil da was zirkuliert machen wir da die Divergenz weil was heraus quillt und wir bilden also die Divergenz von Farbpfeilen das ist dv1 nach dx1 plus dv2 nach dx2 plus dv3 nach dx3 und dv1 nach dx1 ist c plus dv2 nach dx2 ist wieder c plus dv3 nach dx3 ist nochmal c c plus c dv3 dv3 da haben wir gehabt 002 c da haben wir jetzt 3 c und das ist ein skalar das quillt ja heraus ein fluss ein skalar während da haben die Rotation muss ein Vektor sein weil die soll ja auch die Richtung der Drehachse angeben da haben wir ja keine Richtung einer Achse ok na was ist der Dreier da jetzt und was ist dieses 3c woher kommt das wieder und woher kommt wir rechnen uns so wie wir uns hier die Zirkulation ausgerechnet haben rechnen wir uns jetzt hier den Fluss aus dieser Fläche heraus aus dieser Kugelfläche also das ist das Flächenintegral längs der geschlossenen Fläche dieser Kugel da hier V Pfeil DF Pfeil und das das ist also der Fluss da war es die Zirkulation rund um den Kreis da ist der Fluss aus dieser Kugelfläche heraus da quillt das Vektor fällt heraus nun das ist wieder so was wie eine Summe über V Pfeil Skalar mit Delta F Pfeil die Delta F Pfeil das sind so Vektorchen die da so senkrecht aus dieser Kugelfläche heraus zeigen immer senkrecht auf das Flächenelement und die Länge des Vektors Delta F Pfeil ist die Fläche dieses Flächenelements und Sie können jetzt wieder sehen dass hier jetzt überall diese Geschwindigkeitsvektoren senkrecht auf die Kugelfläche stehen und damit parallel auf diese Vektoren Delta F Pfeil sehen Sie das rühren Sie sich wenn Sie nicht sehen mir ist es so klar dass vielleicht irgendwas wichtiges nicht gesagt habe wenn Sie sich nicht rühren gehen davon aus Sie wissen es also wird der V Pfeil und der Delta F Pfeil V Pfeil und Delta F Pfeil immer parallel zueinander stehen daher kann man das wieder aufschreiben als Betrag von V mal Betrag von Delta F weil der eingeschlossene Winkel 0 und der Kosinus 1 ist der Betrag von V wird aber über eine solche Kugel darüber gerechnet immer konstant sein daher kann man das herausheben und wir kriegen Betrag von V mal die Summe über die Beträge aller Delta F Pfeil der Betrag von V der steht da das C mal absolut R Pfeil und was ist diese Summe über die Beträge dieser Delta F Pfeil die Delta F Pfeil der Betrag ist der Flächeninhalt des jeweilsen kleinen Flächenelementes so ist das die Summe über alle dieser Flächenelemente über die ganze Kugel das ist die Kugeloberfläche und das ist 4Pi R Quadrat also 4Pi mal Betrag R Pfeil zum Quadrat klar da haben wir den Umfang Summe über Delta S Pfeil gehabt 2Pi Radius da haben wir 4Pi Radius Quadrat weil es jetzt eine Fläche ist um die es da geht wie gesagt wir gehen dimensionsmäßig hinauf naja was kriegen wir da jetzt schreibe ich her 3C mal 4Pi Drittel Absolut Erdpfeil der Dritten ich habe da ein Dreier hergeschrieben aus dunklen Gründen damit das aber nicht falsch ist habe ich wieder ein Drittel dazu geschrieben damit das nicht damit es nach wie vor passt denn wenn da steht 10 mal 4Pi R der Dritten und das mache ich noch 3 Drittel dazu alles klar kleiner Trick und was haben wir da dieses 4Pi Drittel R der Dritten das ist das Volumen so wie ich da hergeschrieben habe das ist die Kreisfläche so kriegen wir da jetzt her das ist gleich 3C mal dem Kugel Volumen da war es 2C mal der Kreisfläche sehen Sie es ganz einfach und schauen Sie mal die 3C da stehen es die Divergenz ist der Fluss aus dieser Kugelfläche oder aus dem Volumen heraus was da innen drinnen ist pro Volumseinheit und das ist das was ich Ihnen das letzte Mal so allgemein aufgrund des grausischen Satzes erklärt habe das kommt für dieses Beispiel sofort heraus ist das nicht praktisch dieses ganze Gezeugsse kann man sich ersparen indem man die Divergenz ausrechnet und einfach redet sich schon bald nun und nimmermehr TV1 noch die X1 kommt sofort 3C da sind es also ich habe Sie hoffentlich überzeugt dass man damit wirklich was vernünftiges anfangen kann und dass es daher auch zweckmäßig wäre dass auch auf anderen Koordinatensystemen als nur auf den kathesischen machen zu können weil da springt dann natürlich sofort der Kugel Koordinatensystem an wenn man das noch viel einfacher dann darstellen kann also das wollen wir dann auch können und ich hoffe wenn wir anzeigen dass wir mit Ende Juni dann das haben dass wir dann diese Beispiele wieder aufgreifen können eben unter Verwendung der jeweils angepassten Koordinaten ja da müssen die noch hinschreiben Limes Limes mit immer feiner werdenden Einteilungen und da bin ich jetzt einfach schlampert und schreibt dahin ist gleich aber je feiner sie die Einteilungen machen desto besser stimmt es entschuldigen sie da meine Schlamperei aber das kann man alles noch schöner formulieren so sind diese Integrale ja definiert als Limes dieser Summen mit immer feiner werdenden Einteilungen ok aber dass das dann wirklich die Kreisfläche ist setzt ja voraus da dass die Einteilung schon ganz sehr fein sein muss sonst ist der Vielflächner der sich da ergibt noch nicht genau die Kugel Oberfläche und damit das so ist muss das sehr fein sein dasselbe ist da bei der Kreislinie das ist ein Polygon mit vielen Ecken aber wenn sie es fein genug machen dann ist es praktisch die Kreisfläche das sind so die die Spülereien der Physiker Mathematiker haben sowas nicht so gern eine Frage noch zum Folgen der Betrag von D ist das nicht nur gleich dem Betrag vom Radius und die Kreisfläche dann brauchen wir den 2R nicht dafür damit wir die ganze Kreisfläche haben also 2Pi R Quadrat da haben wir 2Pi D das ist 2Pi R das ist der Umfang und erst wenn wir das dann ausrechnen kommt da ein 2Pi aber den 2 nehmen wir eh noch vor und dann bleibt mir das Pi D Quadrat über und Pi R Quadrat ist die Kreisfläche das ist der Kreisumfang und das ist die Kreisfläche alles klar ich mache das relativ schnell weil wie gesagt ich muss anzahren aber ich hoffe doch dass ich keine Unklarheiten schaffe bitte dimensionsmäßig das C hatte ich jetzt quasi Dimension 1 durch Zeit oder was das D das ist C ja das wird wohl so sein das hat was mit einer Winkelgeschwindigkeit zu tun das geht sich alles aus Sie müssen die C halt so wählen dass rechts eine Längenkoordinate und links eine Geschwindigkeit steht und da ist es so dass wir eben dasselbe praktisch haben das C hat also endlich in beiden Beispielen die gleiche Dimension ja ich wollte nur wissen quasi diese wie soll ich sagen das Volumen und Zeit was ist das kann ich das ist eine physikalische Bedeutung dieses das ist nicht Volumen und Prozeit sondern Fluss Provolumseinheit Fluss Provolumseinheit weil der Fluss ist diese Konstante mal dem Kugelvolumen daher ist der Fluss Provolumseinheit das 3C und analog hier Zirkulation ist gleich das mal Kreisfläche da ist Zirkulation Proflächeneinheit 2C und das kann man sich dann leicht überlegen dass das alles dimensionsmäßig passt ok gut damit kommen wir zu einer wichtigen der letzten Sache die noch mit diesen Vektordifferenzial Operatoren zusammenhängt aber eigentlich der Schlussstein der Ihnen jetzt zeigen soll was eigentlich im Kern für die Physik wichtig ist nämlich ich nenne es Punkt 15 Einführung von Potenzialen Sie erinnern sich wir haben gesagt für die Integralsätze damit man sie anwenden kann geht es nicht für allgemeine Vektorfelder Einmal verlangt man dass sich ein Vektorfeld als Gradient eines Skalars darstellen lassen muss dann kann man diesen ersten Integralsatz anwenden wo man das Kurvenintegral ausdrücken kann als Differenz der Potenzialwerte in den Endpunkten und dann sollte man ein Vektorfeld auch als Rotation eines anderen Vektorfeldes darstellen können dann kann man den Stokes Integralsatz anwenden und die Frage ist was sind die Bedingungen dafür dass sich entweder das V-Pfeil als Gradient Lambda darstellen lässt Lambda ist das skalare Potenzial oder dass sich ein Vektorfeld als Rotation eines anderen Vektorfeldes darstellen lässt Abfeil ist das Vektor Potenzial also unter welchen Bedingungen geht das das sieht man ja einem Vektorfeld zunächst nicht so an ob man das wirklich kann und ob man daher diese Integralsätze die das verlangen anwenden kann und da möchte ich jetzt etwas anführen was wir noch vor Weihnachten besprochen haben es gilt nämlich zwei Identitäten Rotgrad ist 0 und die Frott ist 0 das kann man sehr leicht nachweisen nur aus den Definitionen dieser Differenzialoperatoren haben wir durchgeführt ich hoffe sie erinnern sich wenn nicht können sie zurückschlagen und sich das anschauen das ist keine spezielle Weisheit es braucht nur einsetzen in die Definition und es kommt identisch heraus was bedeutet das falls sich kann man daraus schließen Folgerung falls sich ein Vektor fällt darstellen lässt als Radiant eines Skalars dann folgt daraus Rotgrad ist gleich 0 Rotation dieses Vektor fehlt es ist gleich 0 trivial was ich so herschreibe falls V Gradient Lambda ist dann folgt das Rotgrad dass Rot V gleich 0 ist und entsprechend falls das Vektor V Feld V Pfeil gleich der Rotation eines Vektor Feldes A Pfeil gleich ist V Pfeil ist Rot A dann folgt daraus dass Divergenz V Pfeil gleich 0 ist Divergenz Rot A muss gleich 0 sein naja und jetzt werden sie sich fragen und was soll das jetzt naja es wäre natürlich schön jetzt braucht man wieder rote Kreiden und da habe ich natürlich wieder keine naja nur Splitter ob man aus dem noch was machen kann also mal schauen das wäre halt was dann wäre super dann braucht man nur aber dann mache ich gleich Fragezeichen dazu so einfach ist es auch nicht sie wird einem nichts geschenkt auf der Welt also wenn das in der Gegenrichtung auch gehen würde dann wären wir schon fertig weil da brauche ich nur nachschauen wenn mir ein Vektorfeld vorliegt schaue nach ob die Rotation gleich 0 ist hurra dann kann man einen Gradienten einführen und entsprechend die Divergenz 0 ist wunderbar dann kann man ein Vektor Potential einführen also das wäre natürlich schön aber ganz so einfach ist es nicht und wenn man das einwandfrei durchführt dann zeigt sich dass man da noch eine wichtige zusätzliche Voraussetzung gebracht und jetzt werden sie sich wundern weil ich bin doch eher ein Anwalt dessen dass man nicht so pingelig sein soll und alle Voraussetzungen das ist dann eh klar in der Physik und das ist ja eh dann aber hier da steht man sich wenn man nicht aufpasst deswegen muss man das jetzt genauer machen das ist halt so Gott sei Dank sind die Mathematiker so genauen so einfach da muss vorausgesetzt werden das und üblicherweise sagen die Physiker ja ja das ist eh klar aber in dem Fall ist es nicht so und deswegen muss ich jetzt den Begriff des topologischen Zusammenhanges einführen jetzt werden sie sich wahrscheinlich wundern was treibt er jetzt das ist wirklich unglaublich man braucht diese Dinge aber es ist Gott sei Dank auch wieder relativ leicht anschaulich zu machen wenn man wieder nicht zu genau ist dann wird es da auch wieder kompliziert das werden sie bei allem sehen man kann immer noch tiefer und noch tiefer hineinsteigen und dann kommt man immer wieder zu neuen untiefen sozusagen aber wir werden das so versuchen zu machen dass es für die typischen physikalischen Anwendungen ausreichend ist und dann irgendein exotischer Fall eintritt wo man sich dann ersterstest dann müssen es dann noch genauer schauen also der topologische Zusammenhang einer Punktmenge wir betrachten Punktmengen und warum Punktmengen weil diese skalaren Felder die wir betrachtet haben und Vektor Felder sind ja alle definiert auf Punktmengen zu jedem Raumpunkt gibt es einen Skalar sie das Temperaturfeld was wir da oben gehabt haben oder zu jedem Raumpunkt gibt es einen Vektor sei es dieser Wirbel den wir da gehabt haben oder diese allseitige Expansion da also es geht immer um Punktfelder wo jedem Punkt entweder ein Skalar oder ein Vektor zugeordnet und das dreht sich jetzt bei uns und jetzt schauen wir uns den topologischen Zusammenhang solcher Punktmengen an Null zusammenhängend oder Weg zusammenhängend ist eine Punktmenge dann wenn je zwei Punkte innerhalb der Punktmenge miteinander verbunden werden können werden zwei Punkte können verbunden werden jetzt hören Sie sich denken na großartig das ist doch eh klar aber nehmen Sie an eine Punktmenge das werde ich gleich wieder weglöschen die so ausschaut da alle Punkte drinnen und dann geht die Menge da weiter und da ist es auch noch diese beiden Flecken da konstituieren die Punktmenge um die es geht jetzt können nicht je zwei Punkte immer natürlich innerhalb von dem anderen Flecken können die schon da miteinander verbunden werden aber natürlich ist man dann boshaft und nimmt einen Punkt da und einen Punkt da und da bleibt man schon hängen da kann man halt bis daher gehen und dann erwartungsvoll bis daher gehen aber es geht nicht also diese Menge ist nicht null zusammenhängend ich glaube das ist leicht verständlich das lässt sich sehr scharf mathematisch formulieren und das mache ich nicht das nächste ist eins zusammenhängend eins zusammenhängend ist eine Punktmenge dann wenn jede geschlossene Kurve auf einen Punkt zusammengezogen werden kann jede geschlossene Kurve kann auf einen Punkt zusammengezogen werden naja wenn man sich das überlegt kommt man schon drauf da könnte man schon Schiffbruch erleiden wenn man also zum Beispiel so eine so eine Fläche nimmt in der Tafel und dann nimmt man da so ein Stück heraus die Punktmenge ist jetzt nur das und das ist zweidimensional das liegt so jetzt so in der Ebene eine zweidimensionale Punktmenge na gut wenn Sie jetzt zum Beispiel da so eine geschlossene Kurve nehmen dann kann es die wunderbar auf einem Punkt in der Mitte zusammenziehen der auch noch zu dieser Menge gehört aber klarerweise sucht man sich alle Möglichkeiten aus und dann nimmt man sich eine Kurve die da rundherum geht und das sieht man natürlich zusammen aber erwartungsvoll bleibt man dann an dem Loch hängen und man kann sie nicht auf einen Punkt zusammenziehen das heißt so wie Sie aus so einer Punktmenge so etwas herausnehmen und es genügt eigentlich nur einen Punkt herauszunehmen dann spießt er sich an dem Punkt schon und damit verliert die Menge den Eins-Zusammenhang auch das ist glaube ich klar und jetzt geht es noch das lässt sich natürlich also in allen Richtungen auf N-Dimensionen von Allgemeinen aber wir machen nur noch einmal weiter was man sich halt so schön anschaulich vorstellen kann zwei zusammenhängend nun da können Sie sich jetzt schon vorstellen jede geschlossene Fläche kann auf einen Punkt in der Menge zusammengezogen werden also da haben wir eine Kurve da haben wir eine Fläche da ist es Eins und Zwei darum geht es da naja und wie schaut es da jetzt aus da geht es jetzt niemand mehr so eben jetzt müssen wir uns etwas Räumliches vorstellen naja und da können wir ja zum Beispiel uns vorstellen wir ich mache praktisch die gleiche Zeichnung wieder aber jetzt stellen Sie sich das aus einem Emmentaler Käse vor und da innen drin Sie wissen ja der Emmentaler hat Löcher da drin gibt es ist also halt ein Loch vielleicht auch mehrere und da außen herum das ist alles der Emmentaler aber nur innen drin ist ein Loch naja und da können Sie schon sehen schauen wir uns mal an null zusammenhängend ist das Ding wenn Sie sich da her und da her da können Sie auch dran vorbei Sie können es mit einer Kurve verbinden eins zusammenhängend betrachten Sie eine geschlossene Kurve meinetwegen auch irgendwie rund um das Loch herum na da können Sie es ja so zusammenziehen dass Sie an dem Loch vorbei es zusammenziehen kann man sich das vorstellen direkt kennen Sie es natürlich nicht aber Sie müssen nicht in der Ebene bleiben Sie weichen diesem Emmentaler Loch aus also ist auch eins zusammenhängend aber mit dem Zweizusammenhang wird es nichts denn jede geschlossene Fläche da können Sie natürlich da wieder einen nehmen weil das Wunder da verbinden aber wenn Sie jetzt einen nehmen rund um das Emmentaler Loch das bleibt am Loch hängen also zweizusammenhängend ist es nicht aber ich sollte vielleicht sagen da gibt es natürlich schon Tricks auf die man aufpassen muss Sie können zum Beispiel diesen Erdäpfel wieder hernehmen und können ihn durchbohren eine Bohrung das ist jetzt kein Emmentaler sondern das ist ein Loch das da durchgebohrt ist durch diesen Erdäpfel da und da können Sie jetzt wieder sehen wie schaut es dann ein Nullzusammenhang geht es sowieso immer können Sie also von da bis da her weichen Sie dem da aus und kommen da herüber wie schaut es mit dem Einszusammenhang aus da war das kein Problem man konnte dem Loch ausweichen geht das da wenn Sie da eine Kurve so rund herum legen da bleiben Sie spätestens an irgendein Rand hängen Sie kommen nicht drüber weil das Loch geht durch und durch Sie können nirgends mehr das zusammen führen wie schaut es mit zwei zusammenhängen aus ist ein bisschen hagelig jetzt also wenn man da so was kugelförmiges nimmt dann kann das ja nur da außen irgendwo sein das kann man immer wieder zusammen ziehen aber man könnte zum Beispiel auch einen Autoreifen rundherum legen Thorus nennt man das mathematisch das ist auch eine geschlossene Fläche ohne Ränder und der hängt sich dann da wieder auf und da muss man dann in der Mathematik dazu sagen eine geschlossene Fläche vom Geschlecht Eins also homomorph zu einer Kugelfläche das habe ich jetzt da nicht dazu gesagt aber das kommt da schon zu Tage weil so ein Autoreifen das hat Geschlecht zwei weil man braucht zwei Schnitte damit er zerfällt bei einer Kugel müssen sie angeschlossen einen Schnitt machen und sie können die Kalotte schon abheben wenn sie den Autoreifen aufschneiden ist immer noch eine Fläche sie brauchen einen zweiten Schnitt damit er ganz erfolgt und solche darf man da dann das ich verwende nicht mehr Zeit darauf möchte ihnen schon ein bisschen das Gefühl dafür geben dass man da dann schon ein bisschen aufpassen muss was eigentlich gemeint ist die ich sage das ist ganz dezidiert damit nicht der falsche Eindruck entsteht dass ich mich lustig mache überhaupt nicht das ist echt wichtig man muss nur wissen wo man die Grenze setzt was man braucht und was nicht sonst kommt man zu gar nichts also ich nehme das jetzt weg damit ich da ein bisschen Platz spare weil jetzt in der letzten halben Stunde und ich hoffe ich schaffe das weil wir haben vor Ostern keine Stunde mehr und ich hätte das gern zu Ende gebracht erzähle ich Ihnen was man jetzt eben findet das kann ich noch da her schreiben denn den Emmentaler und den durchbohrten Erdäpfel kann ich auch wieder weg nehmen und schreibe auf was jetzt mathematisch gezeigt werden kann es geht um diese Umkehrung ob man das kann oder nicht also es kann gezeigt werden und das ist auch keine Mathematik Vorlesung das beweise ich Ihnen nicht das glauben Sie mir sicher nicht ich kann es nachlesen das stimmt schon also a auf einer eins zusammenhängenden Menge gilt wenn v gleich Gradient Lambda ist hier ebenso ist das gleich bedeutend damit dass eben die Rotation v gleich 0 ist also der rot eingezeichnete Richtung stimmt aber nur wenn dieses entsprechende Vektor fällt auf einer eins zusammenhängenden Menge definiert ist sonst gilt das nicht und b auf einer zwei zusammenhängenden Menge gilt das auch wieder hin und her V gleich Rot A ist gleich bedeutend mit Divergenz V gleich 0 das heißt einerseits damit sie wissen ob jetzt sich ein Vektor folgt als Gradient oder als Rotation darstellen lässt müssen einmal nachschauen wie schaut die Rotation und die Divergenz aus und sie müssen den topologischen Zusammenhang der Definitionsmenge überprüfen erstaunen wissen sie es das was man sich also dann am genauesten merken sollte ist die sich daraus ergebende Folgerung wieder wieder A diese Folgerung ist dann wenn die Rotation V gleich 0 ist auf einer 1 zusammenhängenden Menge dann folgt daraus dass sich das V als Gradient Lambda darstellen lässt und das bedeutet dann weiter dass die Zirkulation längs einer geschlossenen Kurve gleich 0 ist Zirkulation gleich 0 ja denn das haben wir schon gehabt wenn V gleich Gradient Lambda ist und man betrachtet dann ein Ringintegral längs eine geschlossene Kurve dann fällt Anfangspunkt mit Endpunkt zusammen und das Ringintegral muss 0 sein das ergibt sich dann automatisch aber Rotation V allein ist nicht ausreichend es muss auf einer 1 zusammenhängenden Menge sein und die zweite Folgerung B die sich daraus ergibt entsprechend jetzt aus dem da unten Divergenz V gleich 0 auf 2 zusammenhängende Menge folgt die Divergenz V gleich 0 auf 2 zusammenhängende Menge bedeutet V Pfeil ist gleich Rotation A es lässt sich also ein Vektor Potential einführen und entsprechend der Fluss aus einer geschlossenen Fläche ist gleich 0 da war es Zirkulation längs einer geschlossenen Kurve aber Zirkulation ist immer längs einer geschlossenen Kurve definiert Fluss kann aber auch aus irgendeiner Fläche heraus sein aber Fluss aus einer geschlossenen Kurve gleich 0 wenn eben aus einer geschlossenen Fläche gleich 0 wenn die Divergenz gleich 0 ist Divergenz 0 Fluss gleich 0 naja und jetzt zum Abschluss wir haben noch 20 Minuten möchte ich Ihnen zeigen dass diese zwei Bedingungen auf 1 zusammenhängender Menge oder auf zwei zusammenhängende Menge wo man sich denken könnte aber ja stimmt doch eh immer was regst dich so auf dass das bei ganz einfachen Anwendungen nicht der Fall ist und das dann auch nicht anwendbar ist und das sind zwei Beispiele die jetzt 1 zu 1 am Ende Juni wieder auftreten werden da werden das nämlich dann in Zylinder beziehungsweise Kugelkoordinaten rechnen können in jeweils zwei Zeilen hier ist jetzt eine größere Rechnerei und das werde ich Ihnen daher nur skizzieren weil wir können es eh am Schluss viel eleganter machen aber sie können im Skriptum nachschauen oder es selbst probieren es geht nur um differenzieren das kennen sie alle aus der schule das differenzieren mit der Kettenregel und Produktregel dieses ganze zeigt dann kann man alles durch x aber das machen wir jetzt nicht ich zeige Ihnen nur um was es also geht einerseits wollen wir diesen Punkt A behandeln also immer den Dimensionen entsprechend und unter diesem Punkt A betrachten wir jetzt das Magnetfeld rund um einen Stromleiter um linearen Leiter Stromleiter da machen wir uns ein paar kleine idealisierende Voraussetzungen der ist unendlich lang naja muss man viel Leitung kaufen er muss sehr dünn sein und es soll drinnen Strom fließen unendlich lang heißt in der Physik nicht viel das heißt nur dass der Bereich den wir betrachten der ist klein gegenüber dem ganzen Leiter aber wenn ich den Leiter von dem einen bis zum anderen mache und nur da mein Experiment dann ist es faktisch unendlich lang aber natürlich mathematisch ist es ok also Magnetfeld um einen linearen also geradlinigen dünnen Stromleiter das ist eine ganz ähnliche Situation wie es da oben bei diesem Wirbel da war aber eben doch nicht so ganz weil das Magnetfeld wie sich zeigt schaut anders aus wenn man da wieder so einen Stromleiter hat der da so in der Richtung der x3 Achse läuft und da haben wir wieder x1 und x2 und wir betrachten da jetzt in einer gewissen Richtung eines einen Strahl und da ist wieder so ein Distanzvektor und da liegen dann die B Vektoren dann haben die jetzt eine eigenartige Eigenschaft die werden nicht wie bei der Festkörper Rotation nach innen immer kleiner sondern je näher sie an den Leiter kommen desto stärker wird das Magnetfeld das heißt die werden nach innen immer größer und nach außen flaut das dann ab das sind die B Vektoren und es zeigt sich das kann man experimentell finden und das kann man aus den Maxwell Gleichungen ableiten das haben es vielleicht schon gehabt oder kriegen sie irgendwann in nächster Zeit in der Vorlesung vom Kollege Rupp es zeigt sich dass dieser Betrag von B gleich eine Konstante durch Absolut D ist wenn das wieder dieser hier senkrecht stehende Distanzvektor ist das geht mit 1 durch den Normalabstand aber nicht Quadrat sondern nur Normalabstand je kleiner dieser Normalabstand von dem Leiter da wird da verläuft also so der Stromleiter unendlich lang je näher man an den Leiter kommt je kleiner der Normalabstand wird desto größer wird das B und wenn man weiter weg geht wird das B immer kleiner und da kann man jetzt zeigen das führen wir nicht aus aber ich schreibe es auf das B1 das brauchen Sie nicht auswendig merken das ist ja ein spezielles Beispiel aber ich schreibe es Ihnen auf vielleicht Sie haben vielleicht gar nichts anderes zu tun jetzt in der nächsten Zeit dann können Sie hergehen und können sich da die Rotation dann ausrechnen also B1 ist minus CX2 durch X1 Quadrat plus X2 Quadrat B2 ist gleich plus CX1 durch X1 Quadrat plus X2 Quadrat Nun das B3 ist natürlich 0 Diese B-Vektoren liegen alle in einer zum Leiter senkrechten Ebene und bilden da die magnetischen Feldlinien sind dann sowas das sind so konzentrisch rund um diesen Strom Leiter rundherum das ist auch das experimentelle Ergebnis das weiß man seit Örsted 1820 ein großer Durchbruch der ist zufällig auf das drauf gekommen wie so oft also das ist ein bisschen unübersichtlich in Zylinderkoordinaten ist das ein Klacks aber die haben wir noch nicht und können es auch nicht anwenden weil wir brauchen jetzt natürlich damit wir anschauen können wie das ist die Rotation weil offensichtlich handelt es sich um einen magnetischen Feldwirbel und da kann man sich natürlich mit genau demselben was wir da oben verwendet haben erste Komponente dv3 nach dx1 dv1 nach dx3 etc das alles ausreichend db1 nach dx3 db3 nach dx1 da haben sie natürlich die quotienten regel und was der teufel das tun wir jetzt nicht an aber das ist nicht schwierig das kann jeder von ihnen und jede kann das und ich glaube ich habe es auch im Skriptum stehen wie das geht aber das ist eine kleine Übungsaufgabe aber das tun wir jetzt nicht damit man die Zeit nicht vertrauen wesentlich ist das Ergebnis was wir da haben es stellt sich nämlich zur großen Überraschung heraus man findet das ist immer besonders schön in einer Vorlesung man findet aber glauben sie sie kennen das man findet dass die Rotation B Pfeil gleich Null ist na prack das ist ja schrecklich da hat man so einen magnetischen Feld und es ist die Rotation gleich Null jetzt sagen wieso ist doch dasselbe wie da oben ist es nicht weil da oben werden die Vektoren nach außen wo sind da immer länger weil innen ist fast nichts bei der Rotation nach außen nicht immer mehr da innen sind so lang und außen werden eine andere Situation wie kann das sein na ja denn wenn man jetzt sagt wenn die Rotation und gleich Null ist was heißt denn das dann müsste V als Gradient Lambda dargestellt werden dann müsste man das B als Gradient eines Skalars darstellen können das stimmt aber nicht das kann man nicht bei den Magnetfeldern naja jetzt kann es eigentlich nur daran liegen dass die Menge der Definitionsbereich von dem B Feld nicht eins zusammenhängend ist dann fällt das zusammen dann stimmt es ja nicht jetzt schauen wir uns an wie schaut denn der Definitionsbereich aus ist er eins zusammenhängend sind alle Punkte im Raum Menge des Definitionsbereichs Nämlich 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 wo fällt es Im Leiter An das denkt man natürlich normalerweise nicht Aber da divergiert es ja da steht ja ein Durch Absolut D Im Leiter ist die Distanzvektor Null Da hockt mehr drin in dem Leiter Und dann wird das ja nicht mehr definiert Im Leiter ist das B Feld nicht definiert Und daher ist das Definitionsgebiet nicht und daher gilt der Satz gar nicht Denn Rotation gleich Null stimmt schon aber es ist nicht auf einer eins zusammenhängenden Menge und daher ist die Folgerung überhaupt nicht richtig Es lässt sich also der Gradient des V nicht als Gradient eines skalaren Potentials darstellen Ganz wichtig Ja Und wieso gibt es sowas Eigentlich müsste man doch rechnen Wenn das Rotation B gleich Null ist Das eben dann irgendwie das mit der Zirkulation auch über Null ist Und da kann ich Ihnen sagen Wenn Sie längst eines solchen Kreises eine Zirkulation Ringintegral BDR ausrechnen dann kommen Sie auch auf eine endliche Zirkulation aber das umfasst einen Bereich wo ein Punkt nicht drinnen ist Das ist der Unterschied Während da oben haben wir das machen dürfen weil die ganze Kreisfläche war Teil des Definitions Bereiches Auch die Achse selber da war der Vektor halt Null ist auch der Null Vektor dagegen da ist im Stromleiter das Feld gar nicht definiert Das heißt das ist natürlich eine Folgerung aus der Idealisierung denn es gibt ja keine unendlich dünnen Leiter In Wirklichkeit hat er eine gewisse Dicke und wenn man das genauer anschaut dann ändert sich da dann das geht dann nicht so weiter sondern das wird dann eben nicht so und dort gibt es dann auch eben entsprechende Bereiche wo die Rotation B ungleich Null ist Aber wenn man das auf die Spitze treibt gewissermaßen dann handelt man sich das ein dass der Zusammenhang nicht gegeben ist aber nicht eins zusammenhängend Jetzt könnte man den Bereich eins zusammenhängend machen indem man zum Beispiel dass eine Halbebene von dem Leiterweg irgendwo ins Unendliche einfach herausnimmt aus dem Definitionsbereich willkürlich das alles gehört jetzt nicht zum Definitionsbereich dann ist der Definitionsbereich wieder eins zusammenhängend weil dann kann man solche Kurven rundherum gar nicht mehr mehr machen weil die würden immer durch diese Halbebene durchtreten und da fällt ein Punkt das ist dann keine Kurve im Definitionsbereich mit diesem Schnitt vom Leiter ins Unendliche Vermeidet man dass es geschlossene Kurven rund um den Leiter gibt und für irgendwelche anderen Kurven ist die Zirkulation auch null nur rund um den Leiter nicht also indem man künstlich und mit Gewalt den Definitionsbereich wieder eins zusammenhängend macht indem man da was herausschneidet dann stimmt es auch wieder dann ist es tatsächlich so dass die Zirkulation längs jeder Kurve gleich null ist weil die Kurven die rundherum gehen um den Leiter sind dann nicht mehr möglich ja und jetzt machen wir noch B also was ich damit jetzt will ist dass sie sehen dass es auf diesen topologischen Zusammenhang ganz wichtig ankommt und das sind keine an den Haaren herbeigezogenen Beispiele bis sie das Magnetfeld rund um einen Strom durchflosseren Leiter seit 1800 beschäftigen sich die Leute mit solchen Sachen also das ist sicher nichts ausgerissenes und daher ist es sehr wohl wichtig dass sie schon in ihrem jetzigen Stadium sich damit auseinandersetzen B jetzt gehen wir diese Geschichte noch an mit der zweizusammenhängenden Menge und das ist alles so wunderbar schon auf die Elektrodynamik zugeschnitten ein elektrisches Feld rund um eine Punktladung jetzt jetzt werden sie denken warum hat er nicht das magnetische Feld rund um einen Punktpol gemacht weil es das nicht gibt nach allem was man weiß man soll nie endgültig sagen aber aus heutiger Sicht trotz aller Anstrengungen hat man sowas noch nicht gefunden also geht es nur mit dem Leiter aber elektrische Punktladungen gibt es die sind zuhauf überall vorhanden Elektronen Protonen und so weiter jedenfalls in guter Näherung sind das Punktladungen wie schaut das aus da hat man also da so die Ladung und da ist er nach allen Seiten innen sind die Feldstärkevektoren e größer nach außen werden sie kleiner da werden sie vielleicht auch schon wissen dass der Betrag von e pfeil wie hängt denn der mit der Länge dieses Ortsvektors r zusammen wie wird den als kleiner noch außen wissen sie das aus der schule mit 1 durch r quadrat das kolumbische gesetz steckt da drinnen also da heißt dann c durch betrag r pfeil zum quadrat da oben ist es linear das liegt an der zylinder geometrie da ist es quadratisch weil das ist kugelgeometrie da braucht man jetzt wieder die kugelkoordinaten blöd geht wieder nicht das heißt wir müssen auch hier wieder dieses e-feld irgendwie mühsam mit Hilfe der kathesischen koordinaten darstellen da haben e1 ist gleich da steht also cx1 durch x1 quadrat plus x2 quadrat plus x3 quadrat hoch 3 halbe ja ich kann nichts dafür so ist es heute und mit e2 geht es ganz ähnlich da haben wir dann cx2 durch das ganze und e3 ist cx3 durch denselben nennen so unsympathisch lässt sich also dieses feld in kathesischen koordinaten darstellen also die oft so gern gesehenen kathesischen koordinaten weil es halt so viel praktisch ist das werden es doch nicht wirklich als praktisch ansehen so einfaches feld derartig darstellen zu müssen man kann natürlich aber sogar bei so einem einfachen beispiel muss man schon solche sachen aufführen jetzt stellen sich ein bisschen komplizierteres beispiel vor naja also es zeigt sich das e-feld ist parallel zum ortsvektor wenn der ortsvektor rausgeht geht auch der e-vektor noch raus aber es zeigt sich auch dass der betrag des e-vektors gleich 1 durch den betrag des ortsvektors also des abstandes zum quadrat ist naja und jetzt ist ja klar sie können jetzt das schreit ja richtig danach rund um diese ladung da hier eine kugel herum legen und aus der quillt nach allen richtungen das e-feld heraus so wie es da längs der kurve herum zirkuliert das b-feld so quillt da aus der kugel das ist alles gesunder menschenverstand ich finde mehr ist das gar nicht man muss es sich nur so klar machen also daher gibt es da natürlich eine quelldichte würde man meinen und daher liegt natürlich auf der hand dass man sich was ausrechnet die divergenz natürlich und man findet also wenn sie ein bisschen Zeit finden sollten sie zumindest eins von diesen beiden man findet selber durchrechnen wissen sie was das dann für ein Erfolgserlebnis ist wenn das wirklich rauskommt das ist dann ihr jetzt haben sie dieses Beispiel also ich will es vielleicht finden sie über Ostern die Zeit eines der schönsten sachen die es gibt dass man sich seine divergenz ausrechnet also divergenz e pfeil kommt heraus 0 und das sollte man wenn divergenz e pfeil 0 ist dann haben wir das da dann muss der fluss aus jeder geschlossenen fläche gleich 0 sein das ist ja teppert denn jeder sicht dass aus der geschlossenen fläche sehr wohl was herauskommt aber ein einziger punkt fällt und es stimmt schon nicht weil in der ladung drinnen ist der ortsvektor gleich 0 dort ist dieses vektor fällt nicht definiert in nur einem punkt und schon bricht die ganze geschichte zusammen weil dieses definition der definitionsbereich von dem e ist eben nicht zweizusammenhängend nicht jede geschlossene fläche zum beispiel die lässt sich auf einen punkt zusammen ziehen weil der punkt wo die ladung steht dort ist das feld nicht definiert dort divergiert es weil nach innen wird es immer größer und größer mit 1 durch r quadrat ganz ordentlich sogar und das ist dann also die große katastrophe sozusagen direkt an der stelle dieser punkt ladung und daher ist dieser satz in dem fall gar nicht anwendbar aber auch hier kann man die Geschichte wieder dadurch bereinigen dass man mit Gewalt den definitionsbereich zweizusammenhängen macht man kann hineinstechen von ganz weit weg mit einer Nadel bis zur Punktladung wenn sie einen solchen Halbstrahl bis ins Unendliche nehmen und raus nehmen aus dem definitionsbereich willkürlich dann sind nämlich geschlossene Flächen rund um die Ladung nicht mehr möglich dann fällt immer ein Punkt in der geschlossenen Fläche und wenn sie irgendwo aus einer geschlossenen Fläche machen da ist auch alles in Ordnung es darf nur nicht rund um die Ladung herum gehen und so sehen sie und das möchte ich dass sie jetzt von dem mitnehmen dass es auf den topologischen Zusammenhang der Menge auf der diese Felder definiert sind ankommt und ich kann Ihnen jetzt auch sagen das ist jetzt noch für beide Fälle sozusagen die Anwendung im Zusammenhang mit den Maxwell Gleichungen die Maxwell Gleichung für das Rotation B ist Rot B ist gleich µ0 mal j das ist die Stromdichte plus was zeitabhängiges aber wir machen da nichts zeitabhängiges daher fällt das hier nicht ins Gewicht die Rotation des B Vektors ist µ0 mal j parallel zum j Vektor jetzt werden Sie sagen wie gibt es denn das da oben kommt 0 heraus aber wir haben doch einen Strom durch diesen Leiter durch dann stimmt ja die Gleichung nicht das ist ja nur punktweise in allen Punkten außerhalb dieses Strom durchflossenen Leiters ist ja die Stromdichte gleich 0 sie ist nur im Stromleiter ein Wert ungleich 0 aber im Stromleiter ist das B-Feld hier gar nicht definiert wenn Sie irgendwo außerhalb sitzen fließt dort kein Strom dort befindet sich nicht einmal eine Ladung das ist Vakuum und daher wo kein Strom fließt ist die Rotation B gleich 0 und nur dort haben wir uns es ja ausgerechnet weil im Leiter ist das Feld ja nicht einmal definiert so wichtig ist der Zusammenhang und entsprechend für das E-Feld haben wir Divergenz E ist gleich Rho durch Epsilon 0 Rho ist die elektrische Ladungsdichte jetzt finden wir da die Divergenz ist gleich 0 oh Gott der arme Maxwell hat sich geirrt keines Weges weil dieses Divergenz E gleich 0 gilt nur für den Bereich außerhalb der Punktladung und dort ist die Ladung gleich 0 nur in der Punktladung nicht und dort können wir es eh nicht ausrechnen für diesen Fall also ist das alles konsistent und ich möchte Ihnen damit eben zeigen dass diese Überlegungen mit dem topologischen Zusammenhang von größter Bedeutung sind für die physikalische Anwendbarkeit dieser Zusammenhänge die letzten Endes bedeuten ob man wo ein skalares Potential oder ein Vektor Potential einführen kann da sind diese Zusammenhänge eins Zusammenhänge und zwei Zusammenhänge von ausschlaggebender Bedeutung das ist jetzt gleich sozusagen der Startpunkt für das wohin wir jetzt nach Ostern hin wollen wir werden jetzt beginnen nach Ostern uns mit krummlinigen Koordinaten mit Kurven und Flächen zu beschäftigen neue entsprechende Basisvektoren einzuführen alle unsere Erfahrungen aus dem Wintersemester anzuwenden und dann letzten Endes dazu überzugehen das wird unser großes Ziel wie man skalare und insbesondere Vektor Felder wenn sie auf krummlinigen Koordinaten definiert sind differenzieren kann so dass man Divergenz Rotation und Gradient auch in beliebigen Koordinaten ausrechnen kann weil dann diese Geschichten hier ein Klacks werden man muss nur den Formalismus haben und wenn sie durchhalten dann haben sie Ende Juni Frohe Ostern Klose bei However es town um angio ist auch ein klatschen die auch der durch die die Untertitelung. BR 2018